Hallo Borkheide, hallo Welt. Ja, es ist Ferienzeit in Brandenburg. Zwei Wochen Oktoberferien, also Herbstferien, glaube ich, nennt man das. Und wie ist das da immer? Lutze ist allein zu Hause. Ja, warum wohl? Matze hat mich wieder mal verlassen. Der treibt sich wieder eine Weltgeschichte rum, aber mal gucken, ob wir den nachher nochmal erwischen. Ja, Herbstferien in Brandenburg. Corona lässt grüßen. Es wird wieder aller Orten von so einem Lockdown oder so gesprochen. Wir wollen mal nicht hoffen, dass es hier passiert. Mundschutz wieder überall. Ja, ich bin nicht krank, hoffe ich jedenfalls. Und Abstand halten muss man sowieso überall immer noch rumlaufen mit so einer Maske. Ehrlich. Ich sage euch mal, wie ich das sehe. Ich finde das scheiße. Scheiße finde ich das. Ich mag das nicht mehr. Man sieht kaum noch jemanden. Und da kommen so viele Sachen dazu, die nicht schön sind. Aber weil wir gerade beim Abstand halten sind. Ja, Abstand sollte man übrigens auch halten, wenn man gelbe Schleifen sieht. Habt ihr das schon mal gewusst? Gelbe Schleifen. Ich habe es auch erst vor kurzem gelesen. Ja, manchmal ist man ja mit seinem Hund unterwegs, unter anderem ich auch mit meiner Chili. Und dann ist man im Wald unterwegs und dann läuft einem vielleicht manchmal jemand entgegen und der hat an seinem Hund eine gelbe Schleife oder eine Leine oder so. Und das heißt eigentlich Abstand halten. Also der Hund ist krank, der ist läufig, der hat Angst oder, oder und, und, und. Und da warnt man mit einer gelben Schleife, weil ich habe in der letzten Woche mit mindestens zwei Leuten hier gesprochen, die unangenehme Begegnungen mit Hunden hatten. Unter anderem im Wald unangeleinte Hunde im Wald, die auf die Hunde der anderen Besitzer losgegangen sind, beziehungsweise selbst im Ort Hunde, die nicht angeleint sind. Und Hunde kennen, glaube ich, keine gelben Schleifen, aber die Besitzer sollten das eigentlich wissen. Und wenn meine Chili läufig ist, mag ich das halt auch nicht so sehr, wenn da irgendein Rüde meint, für Enkel zu sorgen bei mir. Nee, wollen wir nicht so haben. Aber ich habe euch mal so einen Link mit reingepackt. Und denkt mal dran, lest euch das mal an. Gelbe Schleifen an der Leine oder am Hund sagt Abstand halten. Und dann sollte man halt auch den Respekt besitzen und den Tieren zuliebe das einhalten. Jo, dann geht's weiter. Ich habe wieder eine Information gekriegt von der Ines Renner. Und die Ines Renner nehmen wir heute gleich mal für den Gruß der Woche, liebe Ines. Du hast wieder so viel gemacht. Dich grüßen wir natürlich ganz besonders. Und zwar Herzen gegen Schmerzen. Wir berichteten ja schon in den letzten beiden Folgen darüber. Mittlerweile seid ihr mit diesen Herzen gegen Schmerzen hier, mit diesen Kissen an der 400er Stückzahl. Muss man sich mal vorstellen. Gibt es wirklich so viele Leute, die das brauchen? Ich weiß es gar nicht. Aber das wäre echt. Das geht ja. Okay, 400 Stück. Tolles Ergebnis. Und wer in den Ferien bzw. Urlaub, in dem man nicht wegfährt, noch Zeit oder Lust hat, kann die Ines gerne unterstützen. Wir haben immer noch die Telefonnummer hier drin. Jedes Herz zählt. Alles geht an das Brustkrebszentrum in Potsdam. Und die Ines bedankt sich natürlich ganz, ganz herzlich für die Unterstützung. Für 400 Kissen haben die schon gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Probleme mit Brustkrebs gibt. Ehrlich. Das ist uns Männern so weit entfernt. So weit, weit, weit weg. Ja, aber toll, dass du das machst, Ines. Deswegen der Gruß der Woche an dich. Und wer mitmachen möchte, meldet sich, wie gesagt, bei der Ines Renner und kann dort nochmal Unterstützung geben. Ja, weil wir da waren mit Abstand halten und mit Corona und all dem, gibt es natürlich auch eine Information von unserem beliebten Waldbad Borgheide. Wir haben ja festgestellt, dass so die Waldbadsaison längst zu Ende ist. Aber es gab ja immer noch die eine oder andere Veranstaltung, die im Waldbad durchgeführt wurde. Anders allerdings in diesem Jahr. Es gibt nichts mehr, was gemacht wird. Der Weihnachtsmarkt im Waldbad Borgheide fällt aus, lässt der Vorstand mitteilen. Die Hygienevorschriften sind leider vom Waldbad von den Leuten dort nicht einzuhalten. So kommen die nicht hin. Es sind ja schließlich auch nur private. Es ist keine Firma und dergleichen, wie sie es hinkriegen sollen. Also sie haben sich die Entscheidung halt nicht leicht gemacht und haben beschlossen, den 15. Borgheider Weihnachtsmarkt in unserem Waldbad in diesem Jahr abzusagen. Traurig, aber wahr, als Veranstalter können sie auf dem Weihnachtsmarkt die geforderten Abstandshygieneregeln nicht einhalten, Zugangsbeschränkungen und für die Einhaltung der Hygienekonzepte nicht garantieren. Im Vorfeld ist das Programm der Grundschule und der Auftritt der Fireflies bereits abgesagt worden. Aktuell haben sie Anmeldungen gehabt für zehn Stände. Da momentan allerdings niemand abschätzen kann, wie sich die Lage bis zum Dezember entwickelt, ist eine Organisation des Weihnachtsmarkts derzeit unmöglich. Ja, dem Vorstand, dem Verein insgesamt tut es wahnsinnig leid und sie hoffen auf Verständnis und wünschen euch Gesundheit. Es ist nicht schön, überall dasselbe. Ich habe manchmal so das Gefühl, das Jahr ist ja noch ein Vierteljahr hin, aber das ist so abgeschaltet schon. Ich weiß nicht, manchmal nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich habe so manche Leute dieses Jahr überhaupt noch nicht gesehen. Man trifft sich, wenn überhaupt, nur bei Netto mit Mundschutz. Und ich weiß nicht, schön ist anders. Ich weiß nicht, wie lange das noch so gut geht. Unabhängig von Corona habe ich doch das Gefühl, dass so viele Sozialkontakte, so vieles soziales Zusammenleben hinten runterfällt. Wir hoffen, dass nicht allzu viel kaputt geht. Es gab dieses Jahr so viele Sachen nicht, die es sonst immer gegeben hat. Man kann es gar nicht alles aufzählen. Und ich finde es traurig. Ich finde es einfach traurig. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Muss ich mal ehrlich sagen. Naja gut, aber noch ist Fußball. Übrigens, die Herren waren in Wittbrizen unterwegs und haben Wittbrizen mit einem 5 zu 1 verlassen. Natürlich nicht zu ihren Gunsten, sondern zugunsten von Wittbrizen. Scheint momentan so zu sein. Das nächste Spiel findet allerdings erst am Sonntag, den 25.10.2020 statt, um 14 Uhr. Und zwar dann in Burgheide gegen den FSV Grün-Weiß-Niemek. Am 18.10. ist nämlich für die Burgheider Fußballjungs spielfrei. Da können sie sich mal ordentlich erholen und vielleicht bis dahin noch mal 14 Tage trainieren. Vielleicht kommt doch endlich mal wieder ein Unentschieden oder auch ein Sieg bei raus. So, nun, lange Rede, kurzer Sinn. Da ich ja alleine bin, Wetter. Wetter, ja, ich bin nicht Matze und kein Wetterfrosch. Und da habe ich geguckt, was machen wir denn? Ich kriege den Matze, ich kriege den. Er treibt sich rum und hier ist er bitte. Ach, da ist er ja. Matze, sag mal, wo treibst du dich denn rum? Ja, Prost. Hörst du mich? Hallo, sag mal, hat man hier nicht immer Urlaub, ist eine Ruhe? Oder was? Wo bist du? Muss das sein? Ich bin weg. Ich kann es doch nicht wieder. Jede Woche mit dir, habe ich schon mal gesagt. Das klappt so. Ich muss auch mal raus. Du bist jetzt da raus? Ich bin öfter mal raus, ja. Ich treibe mich wieder mal rum. Schöne Grüße von der polnischen Ostsee. Das ist Wiedemünde genannt. Schön, du hast mich wieder am Stich gelassen, ganz alleine hier. Du, ich habe letzte Woche aufgerufen, dass jemand neben dir sitzen soll zum Vigo, damit du da nicht alleine rumsitzt. Und? Das muss man mal energischer vertreiben. So, okay. Hast du gehört, der Fußball hat verloren. Der Fußball hat verloren? Ach, nö. Wie immer. Was mit Wetter? Das Wetter ist ja sonnig bei mir heute. Ich könnte dir mal ein Foto schicken, wie es hier aussieht. Vielleicht mache ich das noch. Kannst du es noch mit einblenden? Glaube ich. Schicke ich dir mal. Jo, und sonst? Achso, soll ich dir was über das Wetter erzählen? Ja, erzähl mal Wetter. Oder meinst du, ich mache Wetter? Bin ich ein Frosch? Natürlich. Nein, wir haben die Woche schönes Herbstwetter. Vor allem Mitte der Woche haben wir ordentlich Regen von oben. Und das wird dann Richtung Donnerstag ausschleichend sein. Temperaturen um die 15 Grad maximal. Und die Nachttemperaturen dann doch im einstelligen Bereich. Wenn mehr Bewölkung kommt, dann haben wir doch vielleicht um die 9 Grad. Wenn der Nachthimmel frei ist, um Sterne zu sehen, dann geht es bis auf die 5 Grad runter. Also ist bald Zeit, die ersten Pflanzen einzupacken. Ja, das kannst du ja nicht wissen, aber heute Nacht war es schon kälter als 5 Grad. Ach, guck an. Das kann ich natürlich nicht wissen, weil ich habe mich ja ruhig vor allem im Hotel gelegen. Na denn. Ja, dann erhol dich mal schön, mein lieber Matze. Wir gucken mal, wie wir ohne dich hier klarkommen. Also ich glaube, wir haben Sonnenschein, wenn du nicht da bist. Dann klappt es hier wenigstens mal. Ich habe heute Hecke geschnitten übrigens. Du hast mir auch nicht geholfen. Hast du fein gemacht. Hast du meine gleich mitgemacht? Ja, habe ich auch mitgemacht. Die ist jetzt komplett weg. Oh, danke. Ja, ich habe mich verschnitten. Gut, also mein lieber Matze, schönen Gruß nach Polen, auch an deine anderen Verwandtschaften, mit wem ihr euch da rumtreibt. Genau. Und ich grüße nach Hause. Ja. Danke, danke. Wir sehen uns Donnerstag, Freitag, Samstag. Bis. Lass dich überraschen. Ich stehe unangemehr vor der Tür. Ja, wie immer. Alles klar. Viel Spaß noch und tschüss. Danke, danke. Ciao. Ja, Matze in Polen, ins Wienemünde. Der macht sich hier eine schöne Woche. Soll er genießen, finde ich cool. Muss ich auch mal machen. Ich muss auch mal abhauen. Ich finde es cool. Soll er machen. Aber ich weiß gar nicht, war der schon in den Ostsee schwimmt? Ich habe ihn nicht gefragt. Aber okay. Wetter zeigt uns in der Mitte ein bisschen Nässe an. Aber auch die brauchen wir. Alle warten auf Pilze. Und schon sind wir schon wieder durch. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Außer, ich wünsche euch allen eine schöne Ferienzeit. Wie immer hier vor der Kamera. Euer Lutze. Und tschüss. Außer, ich weiß gar nicht. No matter where you are, just get the big feet going. Untertitelung des ZDF für funk, 2017